Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Bevor der Sommer kommt, könnt ihr euch noch ein paar schöne Filme im Fernsehen ansehen. Und wir helfen euch dabei, indem ihr euch einfach unsere Auswahl einmal anhört. Heute hört ihr Pete und mich über Things Hurt and Seen reden. Das ist ein neuer Mystery-Thriller mit Amanda Seyfried. Der kommt auf Netflix und der hat es in sich. Wir fanden den wirklich gut. Danach könnt ihr Sarah, Kenny und Dom zuhören, wie sie über Super-GAU sprechen. Das ist eine fiktive Geschichte über einen Atomunfall. Und das Ganze hat eine gewisse Aktualität, denn es jährt sich zum 35. Mal das Unglück von Tschernobyl. Und in diesem Film wird auf fiktionaler Ebene einmal durchgespielt, wie sich ein Atomunfall im grenznahen französischen Atomkraftwerk Catenon auswirken würde. Zum Schluss das Treffen der Giganten Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan. Zugegeben im neuen Streifen Iron Mars kamen die beiden nur nebenrollen, aber sie hatten wohl sichtlich Spaß dabei. Dieser Fantasy-Streifen ist eine Fortsetzung von Fürst der Dämonen aus 2015. Prominent besetzt, richtige Hightech-Schlacht-Action-Fantasy-Special, das am 27. Mai im Heimkino erscheint. Hört doch, Paul, und lasse mal dabei zu, was Sie davon halten. Wie immer zum Schluss, kommt doch zu uns, geht in die Shownotes, unterstützt uns mit einem Euro, mit einem Kaffee oder mit eurer Stimme. Wir nehmen alles sehr, sehr gerne. Folgt uns bitte auf Spotify, denn das macht tatsächlich die Charts aus. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tja, Piet, wir haben Dinge gehört und gesehen in letzter Zeit und ich für meinen Teil habe gekriegt, was ich haben wollte. Und du? Ja, ich habe nicht so ganz damit gerechnet, Mo, aber es war sehenswert. So, das ist doch mal ein Teaser. Things Hurt and Seen, das Mystery-Drama, das am 29.04. auf Netflix startet, das ist unser Thema heute hier beim Tele-Stammtisch. Mich und den Pieting kennt ihr schon, wir haben schon viele Sachen miteinander gemacht und wir bringen euch diesen Film heute mal näher. Amanda Seyfried ist ja gerade in aller Munde, denn sie hat eine Oscar-Nominierung bekommen, nicht für diesen Film, sondern für ihre Nebenrolle in Mank. Aber sie bleibt auf jeden Fall Netflix-treu. Mank war eine Netflix-Produktion, das hier ist eine Netflix-Produktion und das hier basiert auf einem sehr, sehr erfolgreichen Mystery-Horrorbuch, kann man fast schon sagen. Bring doch uns mal näher, worum es geht. Ja, genau. Also ich möchte das nur kurz umreißen, weil bei so einem Mystery-Film will man ja nicht zu viel erzählen, sondern nur das Wesentliche wirklich. Und es geht um das Ehepaar George und Catherine Clare. Die ziehen um aus der Großstadt aus New York, Manhattan, in eine Kleinstadt, damit George dort seine Arbeit als Professor weiter aufnehmen kann, da er scheinbar dahin versetzt wurde. Und dort treffen sie so ein bisschen auf die Nachbarn, vor allem die Nachbarskinder und andere Studenten und Professoren aus Georges Umfeld. Und irgendwas stimmt aber nicht. Irgendwie stimmt was nicht mit dem Haus und die Beziehung zu den anderen Menschen ist auch irgendwie merkwürdig, wie man das in so Horror-Mystery-Filmen kennt. Irgendwie ist eine komische Stimmung da. Und das schlägt sich auch auf deren Beziehung wieder, denn die ist nicht so rosig, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Ich habe den Trailer gesehen dafür und dachte mir im ersten Moment, wer sich den anguckt, okay, also das ist mal wieder so ein Haunted-House-Ding. Das Haus verändert die Mitbewohner, bla bla. Und dann habe ich den Film angefangen und am Ende, muss ich sagen, habe ich doch was komplett anderes bekommen. Ja, die Introduction ist auf jeden Fall so ein klassischer Haunted-House-Movie, aber es ist dann auf jeden Fall ganz anders. Es ist nämlich kein wirklicher Horrorfilm, sondern eher ein Mystery-Drama oder Psycho-Thriller auch. Das heißt, er wird aufgebaut wie ein klassischer Horrorfilm, ist dann aber ganz anders in seiner Machart. Das ist wirklich interessant. Wusstest du das vorher? Kanntest du das Buch oder hast du dich damit auseinandergesetzt, dass du ein bisschen wusstest, was dich erwartet? Außer das, was im Trailer zu sehen war? Nee, ich hatte tatsächlich nur das Cover gesehen und gelesen, dass Amanda Seyfried mitspielt. Die kenne ich aus In Time oder jetzt zuletzt auch Mank. Deswegen bin ich da direkt mal hellhörig geworden. Und James Norton, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Der spielt die zweite Hauptrolle, ist ihr Ehemann. Und die beiden haben dann eigentlich schon so dafür gesorgt, dass ich mich für den Film interessiert habe und mir ansehen wollte. Der Film ist ja sehr gut gemacht. Der wirkt an keiner Stelle irgendwie günstig oder so. Die Charaktere sind glaubhaft. Und Shari Stringer-Berman und Robert Polcini haben immerhin schon mal eine Oscar-Nominierung für American Splendor abgeräumt. Wobei, unterschiedliche können diese Filme gar nicht sein. American Splendor und dieser, ja, was genau ist es eigentlich? Ist es ein Mystery, Drama mit psychologischen Horror-Elementen und ein bisschen Abuse? Sowas in der Art, oder? Ja, ganz genau so muss man es eigentlich verschachtelt beschreiben. Also man kann es nicht so ganz genau fassen, weil es das ist, was nicht typisch inszeniert ist. Sondern es bedient sich aus vielen Mitteln, aus verschiedenen Genres und wird so ein bisschen zusammengewürfelt. Ich weiß nicht, hat das für dich gut funktioniert, das so zusammenzuwürfeln und hat so viele Einflüsse dazu? Gerade, weil ich halt nicht damit gerechnet habe. Also du siehst halt ja am Anfang, wie das Ehepaar die große Stadt verlässt. Das ist eine Geschichte, die kennen will. Du ziehst von der Stadt ins Land und dann ist quasi das perfekte Haus da. Wir wissen halt noch gar nichts von diesem Ehepaar, außer dass sich so kleine Risse in der Beziehung zeigen. Aber er hat nun mal diesen Job bekommen, kann da Professor sein und dann will seine Frau ihm da auch nicht im Wege stehen. Sie tut dann ja auch das Beste irgendwie in diesem schönen Farmhaus, da einfach für die Familie alles schön zu machen. Sie haben eine kleine Tochter, sie freundet sich mit den Leuten an, soweit es geht. Aber sie will halt eben auch so ein bisschen wissen, warum gucken alle so komisch, wenn sie denen sagt, wo sie wohnt. Das hat ja auch einen Grund. Den kriegen wir auch relativ schnell mit. Aber was mir von Anfang an eben gut gefallen hat, ist, dass etwas irgendwie was Böses, Negatives in jeder Sequenz durchwabert. Also so ging mir das zumindest. Auch wenn die beiden, Seyfried und Norton, das Ehepaar eben spielen untereinander, die Art, wie sie auch miteinander umgehen. Das hat das schon irgendwie sowas. Ja, irgendwie hast du gemerkt, da schwebt was. Also irgendwas, was da nicht hin soll. Ja, genau. Und das ist auch wirklich interessant, in was für verschiedenen Szenen dieses unangenehme Gefühl auftritt. Das heißt, zum einen denkst du, am Anfang ist es das Haus, was merkwürdig ist. Dann denkst du, es ist der Mann, der merkwürdig ist. Dann denkst du teilweise, es ist sie, die merkwürdig ist. Dann sind es mal die anderen Menschen. Aber es ist immer wieder irgendwas, wo man dran hängen bleibt, wo man dann wieder umdenkt. Nein, das Haus ist es doch nicht. Die anderen Menschen sind es doch nicht. Aber irgendwie ist es nicht ganz so ganz klar. Man rätselt die ganze Zeit wirklich mit, woran es denn jetzt liegt. Oder man ist die ganze Zeit so bei den Figuren dabei und will verstehen, was denn da außenrum passiert oder in welche Settings sie da reingeworfen wurden. Ja, wir kriegen ja halt mit, dass irgendwas Böses ist da. Sei es jetzt, es werden Stimmen gehört, das Haus benimmt sich in irgendeiner Form, aber halt eben auch die Menschen in der Umgebung verbergen irgendetwas, das offensichtlich Catherine Clare, so heißt der Charakter von Amanda Seyfried, nicht wissen soll. Und all das nimmt ja immer mehr Einfluss auf sie. Und sie hinterfragt ja am Ende sich auch selber halt die ganze Zeit, bilde ich mir das ein? Bin ich hier vielleicht einfach fehl am Platz? Ja, womit hat es zu tun? Und dann macht es ein paar Twists, die ich so nicht habe kommen sehen. Ich habe mich vorher eben auch noch nicht mit dem Buch auseinandergesetzt. Und das macht das ganze Ding tatsächlich für mich sehr spannend. Ich habe da meine Freude dran gehabt, mich ein bisschen zu gruseln und mich zu fragen, was geht da ab? Ja, genau. Und er hat auch immer wieder diese schönen künstlerischen Einflüsse, da George Clare halt Kunstprofessor ist. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen mystischen Touch, sodass man sich auch irgendwie in den Bildern teilweise verlieren kann und dann nicht weiß, ob es einfach künstlerisch inszeniert ist oder wirklich so stimmungsvoll. Also auf jeden Fall hat es das geschafft, dass es diese unheimliche, unangenehme Stimmung zu mir übertragen hat. Und ich wollte auch, aber habe auch die Twists wirklich nicht kommen sehen. Das war teilweise echt überraschend, was da gekommen ist. Und gut, über das Ende wollen wir jetzt nicht so sprechen. Da sagen wir nichts. Aber das kam auch nicht so ganz erwartet. Nee, auf jeden Fall hat es mich halt auch wirklich gefreut, dass es eben nicht so kam, wie ich es erwartet habe. Also ich meine, selbst ein gut gemachter Haunted House ist immer schön, kann man immer mal weggucken. Und da gibt es auch Beispiele, die einfach Spaß machen. Aber hier ist es nachher was anderes. Es hat einen sehr aktuellen Touch, wie ich finde. Und die Schauspieler machen ja einen super Job. Ich habe mich auch sehr gefreut, die Rhea Seahorn zu sehen, die ich seit Better Call Saul halt wirklich super finde. Und F. Murray Abraham, ja, also braucht man nichts sagen. Der kann auch gruselig sein. Das haben wir ja auch gesehen bei 13 Geister, falls du dich an den Film noch erinnerst. Also die brauchen sich hierbei gar nichts zu verstecken. Der Film ist sehr gut produziert. Das Pasting ist genau richtig. Immer dann, wenn du denkst, jetzt könnten sie ein bisschen Fahrt aufnehmen, passiert etwas, was sich dann wieder so ein Stückchen entrückt dranbleiben lässt eben. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, also die Darsteller sind alle wirklich bis in die Nebenrolle gut besetzt. Kannte man alle schon mal irgendwo her. Und ja, auch die Hauptfiguren waren wirklich richtig gut. Deswegen kann man sich auf der Darstellerebene, glaube ich, wirklich nicht drüber beschweren. Und das ist auch stimmig mit der ganzen Stimmung, die der Film vermittelt. Und im Moment macht Netflix ja so ein Ding, dass sie sehr viele Buchvorlagen verfilmen. Und hier haben sie sich eine geschnappt, die ich so nicht kannte, aber die auf jeden Fall sehr erfolgreich war. Und die haben sie wohl sehr gut umgesetzt. Also mir gefällt der Film. Und wenn ein Film gut umgesetzt ist, dann hat man natürlich Bock, das Buch zu lesen. So geht es mir zumindest. Ein paar andere Buchverfilmungen sind ja schon bei Netflix gewesen. Oder Neuverfilmungen von alten Klassikern. Rebecca war erst vor kurzem in der Neuauflage da. Jetzt gibt es gerade Shadow und Bone, was ja auch eine sehr große Fantasy-Reihe ist, die auf Büchern basiert. Also Netflix zieht hier gerade alle Fäden. Ja, also das ist schon echt stark. Weil mit so Buchverfilmungen, da hat man halt immer schon einen gewissen Stamm an Zuschauern eigentlich relativ sicher gewonnen, die wissen wollen, wie das Ganze erstmal umgesetzt ist. Und ich glaube, dass Buchverfilmungen was sind, was auch viele Leute anspricht. Und aber hier, das habe ich jetzt auch vorher noch nicht von gehört. Und deswegen kriegt es auch Leute, die das Buch nicht kennen. Und wenn es dann noch ein guter Film ist, funktioniert es doppelt gut für Netflix. Wenn er gut gemacht ist, steht er ja auch für sich. Wenn er schlecht gemacht ist, dann zerhacken die Leute den, weil halt von den Büchern meistens nichts übrig bleibt. Ich bin gespannt, was ich da lesen werde. Ich habe den Film genossen. Ich hatte da Spaß mit. Der war spannend. Ja, und du weißt ja, wie ich so bin. Ich hau dann immer gleich ein Fazit raus. Und deswegen gibt es von mir hier dreieinhalb von fünf Punkten. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Gute Schauspieler, gute Stimmung, schöne Bilder. Gibt nichts, wo man sich groß drüber beschweren kann. Ich wäre auch bei dreieinhalb von fünf Punkten. Durchaus eine Empfehlung. Und mehr bleibt nicht zu sagen. Dann können wir abschließend sagen, wir haben Dinge gesehen und gehört und gemocht und eine Empfehlung rausgehauen für euch da draußen. Was wir noch ganz gerne mal raushauen wollen, ist der Aufruf in die Shownotes zu gucken. Da findet ihr Links, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr da Lust zu habt. Bei mir, Coffee, PayPal, Me, ist alles möglich. Sehr schön wäre, wenn ihr bei Spotify uns folgt, denn so haben wir eine Chance, in die Hitparade zu kommen. Ist auch nicht ganz abwegig, ja. Und am Ende bleibt noch zu sagen, vielen Dank, Piet. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Am 26. April diesen Jahres jährte sich zum 35. Mal der Jahrestag der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Wie man auch sehr gut sehen konnte in der gleichnamigen HBO-Serie, die auch zeitnah zuletzt im Free-TV gezeigt wurde. Wir beschäftigen uns heute hier mit was anderem. Und wer sind wir überhaupt? Zum einen die Sarah. Hallo. Und der Kenny. Hallo, mein Name ist Kenny. Ja, und ich bin der Dom. Wir drei haben uns ein Dokudrama vorgenommen, was kürzlich auf Arte lief, wahrscheinlich auch mit Hintergedanken tatsächlich zu sowas wie Tschernobyl. Und mal eine fiktive Theorie durchspielt, wie so ein Super-GAU, ein atomarer Super-GAU sich hier bei uns in Europa abspielen könnte. Und nicht nur irgendwo in Europa, sondern in Frankreich, aber an der Grenze zu Luxemburg. Wer von euch möchte denn sagen, worum es hier in etwa geht? Also es ist ein Dokudrama. Es ist eine Mischung aus Drama und Film und einer Dokumentation mit Experten. Und wir verfolgen so ein bisschen das Geschehen, was würde passieren, wenn das Atomkraftwerk direkt an der Grenze eine Havarie hätte. So ähnlich wie bei Tschernobyl oder auch Fukushima. Was würde passieren, wenn? Denn Luxemburg ist relativ dicht besiedelt. Es ist ein sehr, sehr kleines Land. Und wir verfolgen dann verschiedene Personen, wie sie versuchen, mit dieser Krise umzugehen. Genau, also das Ganze wird ja am Anfang übermäßig betont. Es ist ein absolut fiktives Szenario, aber durchaus denkbar. Und ja, wir haben dann zum einen halt so Spielfilmszenen mit, ich glaube, einer Familie, einer Journalistin und noch einem älteren, mittlerweile ins Rentenalter übergetretenen Kernkraftmitarbeiter. Und es gibt dann einen Unfall. Und ja, der Film zeigt dann eben so, wie das ablaufen würde, wie die evakuiert werden, auf welche Art und Weise. Und ja, es ist nicht so, dass sie gar nicht vorbereitet wären, aber sie wären so sehr schlecht vorbereitet. Und das zeigen sowohl diese Szenen als auch die Kommentare der Experten. Warum hat euch das denn eigentlich interessiert? Kenny, fangen wir mit dir vielleicht mal an. Du bist ja schon ein Veteran, was dieses Genre angeht. Ich benenne mich jetzt einfach mal jetzt offiziell als Strahlenschutzbeauftragten vom Tele-Stammtisch. Machen wir einfach so. Ja, ich habe erst vor kurzem Fukushima besprochen hier und habe erst vor kurzem Tschernobyl nochmal geguckt. Auf Blu-ray habe ich damals auch schon erwähnt. Und das Thema ist einfach interessant. Ich finde es einfach sehr interessant, zumal momentan diese ganzen Katastrophen sich zum mehrmaligen Male jähren. Das heißt, bei Tschernobyl jetzt 35 Jahre, haben wir gesagt. Bei Fukushima sind es 10 Jahre. Liegt halt alles nah beieinander, gerade diese Jubiläen. Auch wenn es traurige Jubiläen sind. Und da kann man sich einfach mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Zumal es ja aktuell wirklich sehr aktuell ist, denn wir sind ja gerade in diesem großen Klimawandel und im Energieumwandel. Das heißt, dass wir gerade viel auf Elektro umstellen und wir alle möglichen Atomkraftwerke abstellen und Kohlekraftwerke. Und es ist einfach gerade einfach nah am Zahn der Zeit. Und da kann man sich das einfach mal angucken. Und so fiktive, ich finde es einfach schön, wenn man fiktive Geschichten einfach mal durchspricht. Weil das ist auch, das wird überall so gemacht. In Katastrophenschutz und im Atomschutz und auch in der Chemieindustrie wird das viel gemacht, dass du fiktive Szenarien einfach durchspielst. Und um einfach vorbereitet zu sein, dass du einfach mal durchgehst im Kopf, was könnte denn einem passieren? Und dann sind wir darauf eigentlich vorbereitet. Und da finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass das mal in so in einem schauspielmäßigen Dingen einfach mal durchgespielt wird und gezeigt wird, wie wäre es denn, wenn das jetzt wirklich passieren würde. Und das ist ein schönes Beispiel, denn das Kernkraftwerk Chate-Norm ist halt wirklich ein paar Kilometer südlich von Luxemburg, nicht weit weg von der deutschen Grenze, direkt in Frankreich. Und wenn da was passiert, sind wir alle betroffen. Und vor allem Luxemburg wäre betroffen. Und das Szenario finde ich halt krass. Du hast halt Länder, die sind ziemlich groß, da wird halt ein Teil davon betroffen sein. Nehmen wir jetzt mal jetzt die Ukraine damals, Tschernobyl oben. Da ist ja bloß das Gebiet, Sperrgebiet. Aber das betrifft ja nicht das ganze Land, nicht die gesamte Ukraine. In Luxemburg wäre aber ein gesamter Staat davon betroffen. Und das ist halt krass, weil der gesamte Staat würde zusammenbrechen. Die gesamte Regierung, die Bevölkerung müsste flüchten. Und das ist einfach wirklich ein sehr interessantes Szenario, was denn daraus passiert. Und deswegen, es ist ja wirklich eine Doku. Es ist eine Doku, eine Schauspiel-Doku, wo halt Experten, Wissenschaftler, Politiker und sowas zu Wort kommen. Und das Ganze einfach mal durchsprechen. Was würde passieren? Und das Ganze ist auch sehr politisch. Also es geht ja nicht bloß darum, ja, die Leute, die wären strahlenkrank oder sowas. Sondern es geht ja wirklich darum, was passiert mit der Regierung? Was passiert mit den Finanzen des Staates? Und all das ganze Szenario. Es ist wirklich auch sehr politisch. Ich fand es auch sehr interessant, dass sie öfter mal die Schuldfrage dann auch gestellt haben. Selbst in dem fiktiven Szenario. Denn es ist ja so, Luxemburg hat bei sich kein Atomkraftwerk stehen. Das hat sich Frankreich dahingestellt. Und Frankreich macht damit die Einnahmen, die Steuereinnahmen und was weiß ich alles. Aber wenn es kaputt geht, wird Luxemburg verstrahlt. Und zwar hundertprozentig, wirklich. Also wäre dann nahezu unbewohnbar. Man muss dazu sagen, also es ist nicht nur so. Also in Kattenom ist ja dieser Atommeiler, das ist auch mit einer der Größten der Welt. Mit, glaube ich, vier Reaktoren auf jeden Fall. Und wenn nur einer von denen ausfallen würde, gäbe es tatsächlich wohl so ein Ereignis à la Tschernobyl. Das heißt wirklich ein Super-GAU der Stufe 7. Also wirklich ein größt anzunehmender Unfall. Und ja, das Ganze ist natürlich auch noch, also nicht nur, dass es nahe Frankreich ist oder eben Luxemburg da komplett von betroffen wäre. Es ist ja auch wirklich direkt im Dreiländereck. Das darf man auch nicht vergessen. Also da ist auch die Rede davon, dass Gegenden in Rheinland-Pfalz etc. Also auch hier in Deutschland dann davon betroffen wären. Und ich muss da auch sehr schnell daran denken, auch in Belgien stehen solche Atommeiler. Und da gehen ähnliche Gefahren von aus. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ähnlich wie in dem Film hier in deutschen Städten wie Aachen tatsächlich auch Jod-Tabletten für den Fall der Fälle eingeschmissen werden könnten. Genau, bei Catenom ist es sogar Trier. Die haben auch Jod-Tabletten ausgegeben. Und das tun sie auch heutzutage. Denn was ich bei dieser Doku sehr interessant fand, auch an der Auswahl des Atomkraftwerkes, das sie genommen haben. Catenom ist halt als Problemkraftwerk bekannt. Das hat fast jedes Jahr eine größere Havarie oder ein größeres Problem. Und jedes Mal ist die Region drumherum sehr nervös. Das heißt, die Reaktion der Menschen in dieser Dokumentation ist auch realistisch. Weil sie sagen ja, es gibt ein Problem im Kraftwerk am Anfang. Und irgendwie verfällt keiner so richtig in Panik, weil das etwas ist, was häufig passiert dort in der Gegend. Also das Kraftwerk hat ein Problem, ist nichts Neues. Und das fand ich cool. Da möchte ich auch mal einkrätschen, weil die Realität ist halt ein bisschen anders. Solche Meiler haben sehr, sehr strenge Vorschriften. Und nur ein kleiner Teil des Atomkraftwerks ist doch wirklich der Bereich, der verstrahlt ist, wo du atomares Material liegen hast. Aber ein Kraftwerk besteht aus mehr als nur dem Kernreaktor. Du hast ein riesengroßes Dampfsystem, du hast eine Turbine, du hast einen Haufen meines Elektrogramm dran. Und alles Mögliche, was dort kaputt gehen kann, sei das irgendeine Pumpe oder irgendwelche Sachen, müssen sofort gemeldet werden. Und da gibt es jedes Jahr, da kommt so ein Buch raus oder so ein riesengroßer Katalog mit allen möglichen Vorfällen, die in solchen Kraftwerken passieren. Nur ein Bruchteil davon, was da passiert, ist auch irgendwo nur eine Gefahr, die strahlungsrelevant ist. Das heißt, sei das irgendwie eine kleine Sache, wo ein bisschen Dampf austritt, also kein radioaktiver Dampf, sondern wir reden nur von irgendwelchen Beheizungssystemen, von irgendwelchen Kesseln, die irgendwelche Sachen nur anwärmen. Heizungssysteme, die nichts direkt mit der Strahlung zu tun haben, selbst die müssen gemeldet werden. Da ist halt immer das Ding, wenn was gemeldet wird, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass es da um den strahlrelevanten Teil des Kraftwerks geht. Ja, es geht ja auch oft um die Brennstäbe, ne, tatsächlich, die dann, geht ja darum, dass die dann im Zuge der Kernschmelze dann abgekühlt werden müssen und wenn das nicht klappt, dann... Ja, das ist ja der absolute Endfall. Das heißt, da ist ja schon der Reaktor ausgefallen und muss gekühlt werden, weil das Hauptsystem ausgefallen ist. Man lasst ja verschiedene Schutzsysteme, aber bis das passiert, müssen erst mal andere Sachen passieren. Genau. Und das passiert nicht so schnell. Das klingt immer nur so einfach und so, weil wir das davon immer aktuell bombardiert werden. Wir hatten von Koshima, wir haben wir bombardiert, von Tschernobyl, wir haben wir bombardiert. Aber, ne, jetzt nicht falsch, Leute. Ich bin jetzt nicht hier, Atomkraft ist total sicher und super. Das ist nicht der Fall. Ich sage bloß, dass nicht jeder Vorfall, der an solchen Kraftwerken passiert, sofort eine übelste Strahlenwolke nach sich... Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Es ist auch gut, das nochmal zu betonen. Das hatte ich mich auch vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte auch weniger, dass die einzelnen Vorfälle das Schlimme sind, sondern, also, Katinom ist halt wirklich... Da gab es offizielle Gutachten schon, dass es eine Gefahr darstellt für die Region. Und diese Störungen, die dann jedes Jahr immer wieder kommen, die sind sozusagen nur Zunder fürs Feuer, was da in der Region eh schon herrscht. Da hatte ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt. Aber du hast recht. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn da regelmäßig was passiert und die Bevölkerung da immer noch ist, nicht evakuiert werden muss, denken die sich, ach ja, wurde doch letztens ein Monatsshow, das ist dann mal irgendwas vor. Ach, wird schon nicht so schlimm sein. Ja. Dass sie sich daran gewöhnen, dass ständig irgendwas ist. Und wenn es dann mal wirklich richtig ernst ist, dann nimmst du die Leute nicht für voll. Das sieht man im Film dann aber auch durchaus. Also, wir haben ja die ganze Zeit eine Anzeige. Ich habe das erst so gar nicht wirklich gepeilt, aber irgendwann ist mir dann klar geworden, diese Zeitangabe, die da immer wieder angegeben wird, ist wahrscheinlich dann der Zeitpunkt, oder die Stunden nach dem eigentlichen Unfall, beziehungsweise Alarm im Kernkraftwerk. Na, was auch Tschernöbel macht regelmäßig. Da hast du auch immer so viele Stunden nach dem Vorfall. Genau, richtig. Und man merkt aber am Anfang, dass die Leute, also da fällt mir eine Szene an, wo diese Familie halt ganz normal wie im Auto fährt und dann die Mutter irgendwie auf dem Handy neuste Nachrichten hat oder was. Und ja, die machen jetzt kein Riesenaufhebens darum und sagen von wegen, ja, wann werden die es endlich mal lernen oder irgendwie sowas ähnliches. Also, da merkt man schon, dass die durchaus an sowas gewöhnt sind. Aber da ist dann vielleicht auch das Problem, dass sie das dann so von dem Ausmaß, was sie wahrnehmen, dann vielleicht auch gar nicht mehr unterscheiden können. Weil von außen siehst du ja eigentlich nur eine riesige Rauchwolke und die kann es wahrscheinlich sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fall geben. Aber was wirklich im Kraftwerk selber abgeht, das siehst du ja nicht. Und das zeigt der Film ja auch insofern dann, dass dann dieser ältere Mitarbeiter so eine Art Whistleblower ist, der dann per Videobotschaft, ja, an die Bevölkerung sich richtet. Und der Regierung bleibt dann immer nichts mehr anderes übrig, als die vollständige Evakuierung anzuordnen. Als es zu bestätigen. Ja, genau. Das stimmt. Da kommt aber dazu, dass die Mitarbeiter des Kraftwerks das eigentlich gar nicht dürfen. Die haben eine Verschwiegenheitspflicht. Also, die müssen sich auch an solche Sachen halten. Das heißt, eigentlich dürftest du es nicht. Ich meine, klar, wenn so ein Kraftwerk hochgeht, musst du dir keine Sorgen machen, dass du arbeitslos bist, weil du sowieso arbeitslos bist, weil es sowieso kaputt ist. Der war ja auch ein Rentner. Ja, genau. Und es gab ja auch Konsequenzen. Also, sein Kollege hatte ja sein eigenes Schicksal am Ende. Und der, mit dem er das zusammen gemacht hat. Und er selber wird ja auch verklagt. Also, das verfolgen wir ja auch, was für ihn die Konsequenzen daraus sind. Der wird ja nicht... Zum Ende hin. Genau. Der wird ja zum Ende hin nicht einfach in seinen wohlverdienten Ruhestand entlassen, sondern der wird von allen nochmal zur Brust genommen, als der Whistleblower, der die Panik erzeugt hat. Und genau deswegen kann ich... Ich bin halt immer so hin und her gerissen. Klar, man will früh informiert werden, aber man hat auch gesehen, seine Information hat wahrscheinlich ein paar Menschenleben gekostet, die vielleicht nicht hätten gekostet werden müssen. Oder auch gerettet, die früher los sind, als es notwendig war. Das weiß man halt nicht. Du weißt nicht, hat er jetzt mehr Leute gerettet, als er durch die Panik getötet hat? Und das wird ja auch nicht beantwortet. Das wird ja bewusst vage gelassen. Und das finde ich total cool. Ja, ja, natürlich. Du sollst das selbst interpretieren. Was ist denn nun die richtige Entscheidung? Genau. Aber da kann ich auch... Deswegen... Also, da wollte ich die Regierung, die vielleicht manchmal ein bisschen arg böse dargestellt wird, auch nochmal so ein bisschen in Schutz nehmen. Weil die haben ja ihre Pläne. Die hatten ja auch Sachen an alle verteilt und so weiter. Aber du kannst halt auch nicht... Ich weiß nicht, wie viele Millionen Einwohner, die da haben, die kannst du halt auch nicht spontan evakuieren. Also, die Feuerwehr ist ja schon mal eine relativ überschaubare Instanz in Luxemburg. Ja! Und dann hieß es auch, dass zwei Drittel der Feuerwehr sind, glaube ich, freiwillige Feuerwehr. Das heißt, das sind keine wirklich ausgebildeten Kräfte. Für die ist es dann, glaube ich, schwierig, sowas zu koordinieren. Und Jotabletten sind bei aller Liebe halt auch nur, ja, eigentlich ein Feigenblatt. Weil damit hältst du dann zwar irgendwie, indem du das einnimmst, hältst du dann das, was eben in deinen Körper eindringen könnte. Teil der atomaren Strahlung hältst du dann zwar auf, aber nicht hundertprozentig. Das kann man ja da auch gar nicht. Es ist ja präventiv, um Bauchspeicheldrüsen zu verhindern. Ja, sicher. Aber andere Ursachen... Ja, weil das ist halt einer der schlimmsten Krebssorten, die du haben kannst. Also von daher... Ja, und du hast es ja in Gegenden wie Aachen auch inzwischen, ne? Ich finde, bei solchen Szenarien wird immer nie darüber geredet. Es wird immer darüber geredet, ja, es ist passiert. Wer ist denn schuld? Ich finde, wir sollten uns viel mehr darauf orientieren, dass wir solche Kraftwerke, wenn wir sie noch betreiben müssen, so sicher wie möglich betreiben. Und da erst mal das Ding, das sind private Firmen, die rentabel sein müssen, die müssen Geld verdienen. Und an dem, wenn du wirklich alles sicher haben willst, dann musst du so viel Geld für Sicherheit ausgeben, dass du nicht mehr rentabel bist. Und dann macht man es nicht. Weil Sicherheit, Arbeitssicherheit, das kostet verdammt viel Geld. Strahlenschutz und all so ein Kram, das kostet einfach einen Haufen Geld. Und wenn du halt noch ein kleines Minimü mehr Sicherheit haben willst, musst du halt ein Vielfaches an Geld mehr bezahlen, damit es funktioniert. Das heißt, es wird immer nur so viel auf Sicherheit geachtet, wie es Nummer eins die Vorschriften verlangen. Also wenn es darum geht, dass wir nur das Mindeste machen, dann sind die Sicherheitsvorschriften viel geringer. Also die Vorschriften sagen, wir müssen das und das und das machen und die Kraftwerke machen noch einen Ticken mehr für ihre eigene Sicherheit. Aber sie könnten natürlich noch mehr machen. Aber das würde wieder Geld kosten. Und das Geld haben sie nicht, weil sie müssen ja rentabel sein. Sie müssen ihre Mitarbeiter bezahlen und der Strom muss bezahlbar bleiben. Stell dir mal vor, du steckst dein Handy ins Ladegerät und einmal vollladen kostet 100 Euro so ungefähr. So, aber dafür hast du Atomenergie, die sicher ist. Aber wir wissen selber, Atomenergie ist niemals 100%ig sicher. Alles, was wir machen, der Mensch ist nicht perfekt. Wenn mehrere schlechte Dinge aufeinander passieren, da kann schon irgendwo eine Materialprüfung beim Herstellen irgendeines Schutzmechanismus in irgendeiner Fabrik kann irgendwas schon defekt gewesen sein beim Herstellen. Und da müssen verschiedene Sachen zusammenkommen, damit halt zu so einer Katastrophe kommt. Und diese Schuldfrage, was bringt die Schuldfrage? Stell dir mal vor, das Kraftwerk geht. Hochwerboschuld. So, jetzt wissen wir, okay, der war schuld. Und was nützt es dir, dass du weißt, okay, der ist schuld? Also Nummer eins, dass du ihn an Pranger stellst. Nummer zwei, dass er dann im Knast ist. Was nützt dir das, wenn trotzdem dein Land verstrahlt ist oder deine Heimat oder tausende Menschen gestorben sind? Es geht ja einfach auch um die Verantwortlichkeit. Aber das stellt jetzt dieser Film ja auch gar nicht mal so in den Vordergrund, sondern einfach nur, was daraus folgen würde. Ja, eben, er redet gar nicht darüber. Es geht am Ende irgendwie nur viel um die Schuldfrage. Und das ist ein Thema, wo ich sage, das ist irgendwie irrelevant. Dass selbst, obwohl das alles passiert ist und ganz Luxemburg wurde evakuiert, die haben dann irgendwelche Flüchtlingscamps, wo die Leute so notbedürftig in Lager leben. Ja, was sich notbedürftig... Und trotzdem geht es vor Gericht. Also da würden Leute auf Lampedusa, glaube ich, sich die Finger nachlecken. Auf jeden Fall. Ja, aber was du da halt auch wirklich hast, das fand ich halt auch sehr angenehm. Du hast halt auch die Experten, die genau solche Vor- und Nachteile immer noch mal diskutieren, ansprechen, erwähnen. Sie sind zwar mal mehr, mal weniger gut reingefotoshoppt. Diese Bilderrahmen und ich sind Feinde. Gold. Ja, mit Goldrand, der flackert. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob der Animateur dort irgendwie betrunken war oder so, aber wie sich das alles bewegt, das war einfach nicht schön. Also meine persönliche Meinung, das war einfach nicht schön gemacht. Aber der Inhalt, also was die Leute gesagt haben, das war sehr interessant. Und das hat auch noch mal viel Hintergrund gebracht. Und es gab eine Szene, da fand ich, das fand ich total interessant, weil man hat schon irgendwie gewusst, wo es hingeht. Da sagt nämlich ein Experte, dass man gewisse Sachen auf keinen Fall machen soll, aber die Menschen tendieren dazu, das zu tun. Und dann geht es halt wieder in den Dramabereich. Und man weiß schon, jetzt zeigen sie uns, wie sie genau das machen, was sie nicht sollen. Ja, das war aber auch der Punkt, wo, also ich hatte oft das Problem, dass es war nicht so, dass die Spielfilmszenen und die Expertenrunden nicht zueinander passten. Aber manchmal wurden dann in den einen Sachen aufgeworfen, die in den anderen nicht wirklich auftauchten. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich fand es zum Beispiel auch sehr spannend, wo sie dann mal die Frage aufgeworfen hatten, also auch unter dem Gesichtspunkt, dass Luxemburg buchstäblich dann wirklich von der Karte verschwindet, eigentlich so gesehen, auf den Staat. Also von wegen, dass Luxemburg zu einem fiktiven Staat wird, dass natürlich dann auch die Kultur sozusagen dann auch zerfällt, weil diejenigen, die da abgehauen sind, die konnten ja nicht, wer weiß was, an Kulturgütern mitnehmen. Und das sind halt so Aspekte, über die man gar nicht so wirklich nachdenkt. Was mir aber gefehlt hat, waren so die Auswirkungen, wie gesagt, da sind wir halt wieder bei Tschernobyl, wenn ihr euch mal daran erinnert. Es gibt noch heute, glaube ich, irgendwelche Gegenden in Süddeutschland, wo du keine Pilze... Ja, bayerischer Wald. ...und so weiter irgendwie im Wald pflücken darfst oder essen darfst, weil die bis heute davon betroffen sind. Und sowas fehlte mir dann tatsächlich, die Auswirkung. Weil wenn ihr euch überlegt, Luxemburg liegt wirklich mehr oder weniger, oder auf jeden Fall diesem AKW, schon im Dreiländereck, aber es liegt ja wirklich im Herzen Europas eigentlich, anders jetzt als zum Beispiel Tschernobyl. und wie dann die Auswirkung für Europa wäre, das hat mir eigentlich gefehlt. Die haben das nur rein aus französisch-luxemburgischer Perspektive beurteilt, was auch durchaus legitim ist. Aber so dieser größere Zusammenhang, auf der anderen Seite glaube ich, dass du den in so einem rein fiktiven Experiment, dass du das eventuell gar nicht so weit durchspielen kannst. Ich meine, der Film geht halt auch nur 80 Minuten. Ja, deswegen. Also das ist auch diese gute Frage, wo steht denn am Ende das Flüchtlingslager? Das war ja in Frankreich, aber will man wirklich nach Frankreich, wenn aus Frankreich das AKW kam? Da kann ich mir auch vorstellen, dass es da Leute gibt, die eine gewisse Meinung zu hatten. Naja, das Ding ist halt, ich glaube, das konnte auch fanden, wie sprachlich begabt du bist. Weil in Luxemburg, ich weiß gerade nicht genau, was da die Muttersprache ist, aber die sprechen da glaube ich auch viele. Luxemburgisch. Ja, die hatten irgendwas mit irgendeiner Form des Flämischen sprechen, die da glaube ich so weit sind. Das ist wie in Belgien. Wenn du in Belgien bist, würdest du auch eher nach Frankreich gehen, als zum Beispiel nach Deutschland, weil du dem Französischen eher mächtig bist. Ja, also aber Luxemburgisch ist wirklich, das ist die Landessprache. Also das ist eine Sprache. Okay, wusste ich auch nicht. die klingt richtig cool, ich kann kein Wort davon, aber sie klingt richtig cool. Also so offizielle Ansprache. Aber das ist dann, also das fand ich auch ein bisschen schade, dass also auch, dass diese Thematik Geflüchtete oder Flüchtlinge aufgemacht wurde und halt so die, sage ich mal, außenpolitischen Aspekte nicht so beleuchtet wurden. Also was wäre zum Beispiel eigentlich, wenn sich Länder, ähnlich auch wie bei anderen Ländern, einfach halt weigern, Leute aufzunehmen. Und die Umstände, das hatten wir auch schon gerade mal anklingen lassen, das Ding macht ja gegen Ende einen Zeitsprung von drei Jahren und man hat nicht den Eindruck, dass deren Lebensumstände sich jetzt radikalst verschlimmert hätten. Was aber auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Luxemburg grundsätzlich ein ziemlich reiches Land und auch, es kommt immer mal wieder durch, eine ziemliche Steueroase. Die Frage fand ich aber auch noch richtig gut. Es wird einmal die Frage gestellt, ob sie als neues Land sich halt irgendwo niederlassen können und dann hat auch einer von diesen, ich weiß nicht, was der war, Finanzler oder so, verschmitzt gefragt, naja, ob das andere Land uns dann auch unsere Steuervergünstigung wieder erlauben würde. Ja, ja, das dachte ich auch. Da musste ich auch lachen, dachte ich so, ja, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Aber es ist dennoch, also ich muss dazu sagen, ich habe generell so eine Schwäche für so, was wäre, wenn Szenarien und man muss sagen, das hier ist schon nicht sehr, sehr unwahrscheinlich und wird so von den, von den Grundpfeilern des Szenarios schon konsequent durchgespielt, wenn auch sehr halt auf eine verengte Perspektive, aber ja gut, das ist vielleicht auch ein bisschen dem Konzept geschuldet. Ja, das ist so wahrscheinlich eine Mischung aus Konzept und Budget. Ja, so diese, diese Interviewaufnahmen sind ein bisschen, ich fand das ehrlich gesagt schon inszenatorisch ein bisschen unfreiwillig komisch teilweise. Das ist die Corona-Aufnahme. Ja, man, man, man denkt sich halt die ganze Zeit, ist das, ist das Ding komplett unter Corona entstanden oder sind nur die Experten unter Corona befragt worden? Weil die werden da halt irgendwie so reingeschoppt mit etwas, äh, cringy-Effekten. Aber, aber gut. Eine Sache möchte ich noch sagen, ich fand's, ich fand's bei diesen Animationszenen, also du hattest immer so einen weißen Hintergrund, so ein bisschen wie bei der Matrix, so dieses, das Konstrukt, ja, falls ihr das noch kennt, von Neo und, und dann hast du immer irgendwelche Stühle gehabt, also da wird immer irgendwer reingefotoshoppt, also quasi so animiert, in einem Stuhl, an einem Tisch. Da gab's einmal eine Szene, da hat so zwei Personen gesehen, zwei Stühle links und rechts, zwei Personen drauf, ein Tisch in der Mitte und hinter dem Tisch stand noch ein Stuhl und der fiel in Zeitlupe ganz langsam um. Dieser Stuhl ist der, ist der, ist der MVP dieser ganzen Doku, weil, die, die haben geredet und währenddessen ist mir aufgefallen, der Stuhl bewegt sich und, und ich hab ganz auf den Stuhl geachtet, hab überhaupt nicht mal zugehört, was die erzählt haben, hab nur gedacht, wann fällt der Stuhl um? Weil er bewegt sich ganz langsam nach hinten, ganz langsam. Ah, wie geil. Und, und, und das hat ein bisschen abgelenkt, weil ich, ich hab den Sinn nicht erfunden, warum der umfällt. Ja, der hat die, der hat die schon gestimmt. Irgendwie dramaturgisch oder so, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Stuhl, das war der, die Dramaturgie. Der Stuhl war auf jeden Fall geil, den fand ich gut. Okay, dann vergeben wir, ach komm, wir vergehen die Bewertung in einen umfallenden Stühlen. Scheiß drauf. Und, Kenny, du fängst gerne an. Also ich gebe, sagen wir, gutmütige drei von fünf umfallenden Stühlen, weil das ist einfach, ich meine, das ist nichts Besonderes. Ich meine, das ist einfach nur, wer sich für das Thema Katastrophen, also Atomkraftwerkskatastrophen interessiert, wer Fukushima mag, wer Tschernobyl mag und den ganzen Kram, kann sich das zusätzlich geben, einfach nur mal, um darüber nachzudenken, um sich das Szenario zu geben. Ansonsten lasst die Finger davon. Deswegen drei von fünf langsam umfallende Stühle, aber sehr langsam umfallende Stühle, ja. in der Zeitlupe. Ja, genau. Sarah, wie sieht's bei dir aus? Na, ich würde, also ich bin so hin und her gerissen. Die Experteninterviews waren mir nicht ausschweifend genug. Da denke ich mir, da hätte man, ja, da hätte man halt, wenn du richtige Experten da hast, da kannst du denen dann auch mal richtige Interviewfragen stellen, längere und tiefer gehende Antworten erwarten. Und in dem dramaturgischen Bereich war es mir auch ein bisschen, also es war halt so, nichts Halbes und nichts Ganzes in beiden. beides war solide gemacht, bis auf die Effekte, aber da haben wir, glaube ich, schon genug drüber geredet. Insgesamt würde ich ihm so zweieinhalb geben, weil die Story selber, die ist halt gut gemacht, die ist realistisch, da kann man, finde ich, keine großen Sachen dran abziehen, aber das gewisse Etwas fehlt. Ja, das trifft es, da kann ich mich anschließen. Es ist ein solider Beitrag und interessant, das mal so wirklich durchzudeklinieren. Ja, also, ich kann dir da auch schon beipflichten, ich habe mit solchen Dokudramen immer so das Problem, dass die irgendwie weder als das eine noch das andere so richtig funktionieren können und dann halt beides so ein bisschen halbgar ineinander geschmissen wird. Ist aber trotzdem dennoch ganz solide, kann man sich ansehen, ist in der Arte Mediathek verfügbar, weil es jetzt Interesse bekommen hat. Ich vergebe auch drei von fünf Stühlen. Ich glaube, dann sind wir alle auf einer Linie, fast, ja. Sehr gut. Fast. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch für die Zeit und wir geben ab zum nächsten Film, der hoffentlich kein Katastrophenszenario ist. Mal was Positives. Mal was Positives, ja, wahrscheinlich kommt hier nach wieder eine Disney-Plus-Tier-Doku. Ansonsten, macht es gut, hat mich sehr gefreut. Ciao, macht's gut. Tschüss. What the fuck was that? Und mit dieser Eröffnung begrüßen wir ganz herzlich zu dieser Ausgabe vom Tele-Stammtisch. Ich bin Lasse und bei mir ist der der Paul, hallo. Und gemeinsam haben wir The Iron Mask gesehen, welcher ursprünglich ein 2019er Film ist, aber jetzt erst so langsam ans Licht des Tages kommt, relativ unerkannt und noch dazu ist es ein heimliches Sequel zu einem Film, den auch kaum jemand gesehen hat. Ja, The Iron Mask Regie führte Oleg Stepchenko, welcher auch schon beim ersten Regie führte und als die richtigen Stars haben wir Jason Fleming, Xing Tong Zhao und Anna Chorina und irgendwo da mittendrin sind auch Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger und außerdem noch ein Haufen anderer komischer Leute. Ja, kannst du uns erklären ungefähr, was der Inhalt von diesem Ding ist? Nein. Also, es geht um die Hauptperson aus dem ersten Teil quasi, aber dann auch irgendwie nicht so richtig, egal, also Jonathan Crean irgendwie, der ist so Kartenzeichner und der bekommt irgendwie den Auftrag auch den Osten des Russischen Reiches so auszumessen und das ist aber auch nur ein Teil der Handlung, dann geht es noch um so Prinzessinnentausch, nee, also da steckt ganz viel drin in diesem Film und ganz viel wird da miteinander verwurstet, aber so in etwa in die Richtung geht's. Dieses Ding fühlt sich an wie verschiedene vollkommen unterschiedliche Filme halt wirklich so zusammengeramscht in ein Ding, ohne dass du da das Gefühl hattest, dass dafür nur eine Person verantwortlich war. Das fühlt sich an wie diese halt, ach Gott, erinnerst du dich noch an diese alten Filme von zum Beispiel Godfrey Ho, diese halt, wo dann im Prinzip er nimmt präexistente Clips von Filmen und schneidet da Ninja-Material dann rein, das er selbst gedreht hat. Halt so ungefähr fühlte sich das hier an, nur mit etwas größerem Budget und mit einigen mehr Stars, die auch garantiert für diesen Film etwas gefilmt haben. Ja, und dazu eben auch, dass es ein Sequel ist, ich glaube, der war von 2014, der Film Fürst der Dämonen, wie er auf Deutsch heißt, wo auch Jason Fleming die Hauptrolle gespielt hat und sehr groß angepriesen wurde als so 3D-Horror und auf der Packung stand irgendwie auch groß für Fans von Dracula Untold und sowas in der Art, also da, das war eindeutig so eine Art von Schleich-Mit-Release und das Ding hab ich, das hast du ja auch gesehen tatsächlich und deshalb hast du dich auch gemeldet hierfür, wie fandst du den sozusagen Vorgänger? Ich hab den jetzt zuerst vor kurzem gesehen und dann hab ich gedacht, ja komm, in Vorbereitung in Anführungszeichen, obwohl ich schon erahnt habe, dass das nicht so eine große Rolle spielt hier für den Teil. Also ich hab ihn einmal gesehen, muss ihn auch nicht wiedersehen. Ja, es war schon ähnlich, also das, was sich hier dann wirklich nochmal in einer größeren und krasseren Variante zeigt, es war dort vielleicht schon in Ansätzen erkennbar, aber es war doch noch im Vergleich zu dem, ja irgendwie stringenter. Ja, in der Tat, ich bin da auch nicht mitgekommen bei der Handlung im ersten Teil, weil das ist so verschwurbelt und kompliziert erzählt und wo du, wo du gar nicht genau weißt, was genau da passiert und wer diese Leute sind, aber es ist ein kleines bisschen verständlicher und, und hier, ich saß da, ich saß da wirklich teilweise und ich hab zwischendurch irgendwie, da war ich so ungefähr bei der Hälfte des Films und ich hab in den, in den, in unsere Discord-Chat dann halt geschrieben, ich guck ihn gerade, what the fuck is happening? Ja, ja, weil auch, also ganz viel, das ist so ganz komisch, der Film heißt ja erstmal im Deutschen, in Anführungszeichen, Iron Mask, im Original oder in der englischen Übersetzung heißt er ja glaube ich Journey to China. Ja, okay. Du hast einmal diesen, eben die eiserne Maske als Titel, das ist so ein kleiner Teil, du hast den Kartenzeichner, du hast noch eine, ist ja eine russisch-chinesische Koproduktion, glaube ich, dann noch so eine, weil, China, ja, Mythologie, ja, Drachen, irgendwas mit einem Drachen, noch auch mit rein und dann auch noch Prinzessinnen und dann heißt auch noch einer James Hook. Ja, richtig und ich meine, wenn der Film anfängt mit dieser Narration, die dann irgendwie sagt, einst wuchs eine magische Pflanze, man nannte sie Tee, da dachte ich schon einem dann, die, wenn, wenn dir halt, während du da 500 Executive Producers kreditiert, vor den Latz geknallt bekommst, während dir da irgendwie versucht wird zu erklären, was irgendwie eine Hintergrundgeschichte ist, dann, dann ist das schon ein ganz schlechtes Zeichen und ansonsten ist es halt, weil, weil ich denke, selbst für Leute, die den Originalfilm gesehen haben und davon gibt es nicht wirklich viele, die werden damit dann auch nicht groß was anfangen können, weil ich meine, die zeigen halt, die fassen das so im Prolog zusammen, was so die Vorgeschichte ist von dem, von Jason Flemings Charakter, aber das spielt auch kaum eine Rolle hier, weil er ist größtenteils auch abwesend von der Hauptaction, eigentlich gibt es hier vollkommen neue Hauptfiguren und das hier dient im Prinzip einfach nur, um ihn mit seiner Liebe zurückzubringen, welche jetzt auch die Mutter seines Kindes ist, halt mit der Miss Dudley, ihr Vater übrigens, gespielt von, na, wer war es? Charles Dance. Ja, Charles Dance, dankeschön, das ist nicht mehr als ein Cameo hier und ich meine, auch schon im ersten Film hatte der kaum was zu tun. Ach Gott, wie kann ich das erklären? Wie soll man da überhaupt drüber reden? Dieses Ding ist ein Clusterfuck komplett, also das ist wirklich, es ist so ein übler Trash, dass man halt, also man hat ja, also den ersten, schon Fürst der Dämonen, der Titel, der auch irgendwie nicht so, ach, keine Ahnung, aber da, das ging ja schon eher so in die Richtung, so Fantasy, Horror, hier hat man irgendwie, also Abenteuer, dann auch eine ganze Schippe Fantasy drauf, dann aber auch irgendwie Komödie, weil, also in manchen Momenten nimmt er sich ein bisschen zu ernst manchmal, wenn er da irgendwelche Dinge vorstellt, die es dann plötzlich auch noch gibt, wenn es dann auch plötzlich noch irgendwelche Roboter-ähnlichen Wesen gibt oder so und manchmal, wenn es zum Beispiel um den Adel Russlands geht, dann gibt er sich schon fast wie so eine Kostümparodie, Ja, also sobald in der zweiten, also sobald sie richtig in China angekommen sind, das ist eigentlich komplett Komödie weg, äh, da, da ist dann, äh, einfach nur noch so, so Bier an, dieser Film, vor allem wie dieser Film auch wirkt, denn der wirkt für mich so, als wäre er nur entstanden, weil die Kostüme und Kulissen von anderen Filmen übrig hatten, irgendwie, genau so wirkt das, weil ich habe da bestimmte Sets gesehen und dachte mir, ist das, ist das dasselbe Set von The Great Wall? oder ist das hier dasselbe Set von Hänsel und Gretel Hexenjäger? halt, halt all diese Sachen andauernd kamen mir immer in den Sinn, weil auch bei den Kostümen, äh, dachte ich ab und zu halt, die Kostüme von den chinesischen Kriegern sehen aus wie, äh, aus The Great Wall, oder ich weiß nicht, ob das jetzt historisch korrekt ist oder was auch immer, aber, ähm, und dann halt eben auch noch, oh ja, und wir haben noch irgendwie Kulissen und Teile des Casts von Fluch der Karibik übrig, weil Martin Klebber spielt hier den Piratenkapitän und auch die Waffen, das ist das Geiz, das ist wirklich, was mir aufgefallen ist bei den Waffen, äh, Arnold Schwarzenegger spielt hier den, den, äh, den Hüter des Towers von London im Prinzip, halt genannt James Hook, warum auch immer, und, äh, er hat eine, er hat eine Sammlung von, von Waffen und Rüstungen und so weiter und er zieht ein Schwert hervor und sagt, ich habe das Schwert von König Arthus und das ist offensichtlich eine billige Anduri-Replik und dann, später im Hintergrund, habe ich das Schwert von Altaïr gesehen aus Assassin's Creed. Exakt dasselbe Schwert, halt wirklich. Und ich, ich denke mir deshalb einfach nur, wir haben das und das übrig hier. Ja, ja, weil du gerade Arnold Schwarzenegger erwähnst und Jackie Chan hier, die ja, die ja schon auch präsent im Trailer sind, da kann ich immer kurz sagen, ich war überrascht, wie groß, in Anführungszeichen, deren Screentime dann doch war, denn es war nicht nur eine kleine Szene am Anfang mal, sondern ich würde sagen, das erste Drittel kommen sie schon hin und wieder vor, auch wenn die dann am Ende so, verschwinden sie auch so mehr oder weniger. Ja, was man dann von dem Auftritt hält, die, sie haben eine Kampfszene, die ich nicht sehr gut fand, zusammen, aber die wird auch, also das merkst du, die wird ganz schön auseinandergezogen, also langgezogen, immer unterbrochen mit Verfolgungsjagden, also. Ja, total, um halt, um vorzutäuschen, dass sie länger im Film sind. Ja, genau. Das hier ist, das hier ist aber nicht so eine Bruce Willis Situation, wo du halt im Prinzip, der war nur für einen Tag da und hat, und hat keinen Bock und der Rest sind irgendwie Stuntdouble. Hier machen sie das meiste aus der Screentime, das die beiden haben und sie sehen nicht aus, als würden sie es irgendwie so, so reinphonen. Also man hat, man hat den Eindruck, dass die beiden auf ihre Art Spaß haben und ihre Kampfszene, wenn auch nicht unbedingt die beste Kampfszene der Welt. Sie ist die einzige Szene, wo ich so etwas wie Spaß hatte halbwegs. Da gibt es ein paar gute Gags hier und dort. Aber, und vor allem eben auch der, die Tatsache, weil sie haben ja schon zusammen gedreht, in 80 Tagen um die Welt waren sie schon zusammen zum Beispiel. Aber halt, das ist glaube ich das erste Mal, wo du zwei solche Ikonen des Actionkinos, also diese beiden halt miteinander siehst, jedenfalls bin ich mir relativ sicher. Und eben allein die Tatsache, dass ich hier Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan das Bild teilen und so ein bisschen aufeinander einprügeln, das hat schon irgendwie was. Und ich schätze mal, dass sie das als Vorwand benutzen, um den Film auch irgendwie zu vermarkten. Aber letztendlich ist das kein großer, ihr Part hat am wenigsten zu tun mit dem eigentlichen Plot. Ja, richtig. Dann ist, bleibt die Reise nach China, wo es dann, wie gesagt, noch zu sehr viel merkwürdigen Story einschlägen und auch unfassbar vorhersehbaren Sachen kommen, die auch die Figur des, des Kartenzeichens irgendwie unfassbar dumm zeichnen. Aber darauf will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Und dann auch plötzlich diese roboterähnlichen Wesen, die irgendwie Blitze schießen können, wie der Imperator oder auch die Telekinese beherrschen. Also ich hab's dann einfach ... Ja, das wirkt auf mich wie ein Überbleibsel vom ersten Film, wo da ja auch immer so die ganze Zeit rumgerätselt wurde, passiert das jetzt alles oder steckt da irgendwas anderes dahinter, etwas Realistisches? Und wie sie das hier so nach und nach aufgedeckt haben, dachte ich, ah ja, okay, wie auch immer. Und die Designs waren teilweise cool, irgendwie hat's mich teilweise, das könnten genauso gut Hellboy-Schurken sein in irgendeiner Form. Ich hatte so ein bisschen die Vibes. Aber sonst ist es, weiß nicht, für sehr viel mehr halten die dann auch nicht her. Und ansonsten ist es dann einfach nur ein extrem generischer Unterdrückungs-Aufstands-Plot mit einer Prinzessin, die zurückkehrt, wie auch immer. Eine Sache, die ich positiv anmerken kann, das ist eine der wenigen Filme, wo es verständlich ist, wo Leute auf eine ... Aber lustigerweise, es gibt beide Fälle. Weil es gibt einen Fall, wo es eine Frauenfigur gibt, die sich als Mann tarnt, wo es relativ überzeugend ist, und zwar im Fall der Prinzessin. Man kennt's halt an der Stimme, ist eben das Ding. Und das ist halt für uns Zuschauer offensichtlich. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal uns in die Situation einversetzen, wenn wir sagen, nein doch, man könnte darauf reinfallen. Und dann aber andererseits machen sie dasselbe mit der Miss Dudley. Und da ist es sowas von unüberzeugend, wo ich mir dann denke, war das von vornherein und dann irgendwann plötzlich nicht ... Also es ist so, so beknackt. Und so idiotisch einfach. Das ganze Ding ist so idiotisch. Das stimmt. Lass uns doch noch mal kurz über die Optik des Ganzen sprechen, weil der versucht ja schon mit seinen Kostümen, seinen Kulissen und auch mit seinen Effekten da irgendwas rauszuholen. Ich fand's ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß nicht. Points for trying, I guess. Also wir haben hier zum Beispiel, das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, wo ich mir gedacht habe, okay, was ist das jetzt hier? Natürlich hat man die größtenteils die computergenerierten Großaufnahmen. Und wenn die sich dann besonders in Verfolgungsjagden mit Bildern von Nahaufnahmen abwechseln, dann siehst du einfach, wie es hinten und vorne nicht passt. Das ist die lahmste Kutschenverfolgungsjagd, die ich seit langem gesehen habe. Und das wiederum war wieder halt direkt, oh, wir haben gerade Flut in Karibik 4 gesehen. Wir wollen diese Sequenz auch haben. Ja, das stimmt. Ja, und dann ist es auch, also auch von der Beleuchtung her und auch von den Hintergründen her, du siehst ganz oft in dem Film, das passt hier einfach nicht zusammen. Ja, absolut nicht. Und im ersten Teil hast du noch, da hattest du noch dieses Stilisierte und da haben sie es auch nicht so übertrieben mit computeranimierten Hintergründen und so weiter. Und hier und da in diesem Film hier auch sieht es hübsch aus, durchaus. Aber halt nicht, wenn man das dann konstant wechselt, wie eben da in der Kutschensequenz fällt das extrem auf. Teilweise hat das eine ähnliche Optik auch wie der Drei-Musketiere-Film von Paul W.S. Anderson. Und dort war es halt, dort war es professioneller gemacht, aber es hatte trotzdem eine ähnliche Optik von der Farbe her und auch von dem Tempo her manchmal. Und ja, und letztendlich hast du da Darsteller, die da durchstolpern, wo ich denke, wissen die überhaupt selber, was die da sagen und tun? Und letztendlich, das Problem ist eben, du interessierst dich auch gar nicht für die Handlung oder für die Figuren wirklich. Ich mochte die Prinzessin selbst, ich mochte sie als Charakter, ich mochte die Schauspielerin gern und sie hat auch ein paar nette Kampfseen. Aber ansonsten ist das halt, das ist auch kein origineller Charakter in irgendeiner Form und ihr Dilemma eben auch nicht. Und du interessierst dich nicht für den Bösewicht, du interessierst dich nicht, was genau die wollen. Es ist einfach, und noch dazu eben, ist es so unnötig kompliziert erzählt und mit all diesen Figuren, die dann dieses... Und so heilig überfrachtet, ja. Ja, genau. Und bei all dem vergessen wir halt wirklich Titelgebend Iron Mask. Ja, stimmt. Diese Iron Mask verschwindet ziemlich schnell aus dem Film, spielt dann keine Rolle mehr. Ja, stimmt. Das gibt es ja auch noch, dieser Subplot rund um den, der hinter der Iron Mask steckt. Ja, richtig. Und das interessiert ihn aber auch nicht, weil der Typ, die versuchen den als so eine Art von charismatischen Ja, so hinzustellen, aber du kaufst es ihm das nicht komplett ab, wirklich. Und du interessierst dich auch nicht genug für ihn in dem Sinne. Und du hast ein paar von den Kosaken aus dem ersten Film, aber die erwähnen nicht, dass es dieselben Figuren sind oder ob das dieselben Figuren sein sollen, aber es sind dieselben Schauspieler. Aber die tun auch nichts, die kämpfen nur ein bisschen. Und es gab keine Dämonen im Gegensatz zum ersten Teil. Ja, ja, du hast dieses kleine Flügelfiech, welches sie übrigens redesigned haben. Im ersten Teil sah das noch ganz anders aus. Aber ja, und ich meine halt, das Problem ist eben, wenn du diese Art von Filme hast und die versuchen dir etwas zu vermitteln von halt fernöstlicher Kultur und dem Glauben und diesen Sagen, weil die sind ja auf ihre Art, die sind ziemlich außergewöhnlich und ein bisschen verrückt. Aber wenn du das im Rahmen von so einem Film hast, dann ist es gar kein Wunder, dass sich größere, ernsthaftere Produktionen nicht trauen, ein westliches Publikum dafür zu interessieren, wirklich. Zumal, wenn du das wenigstens in die Hand nehmen würdest und dann eigenständig was draus machen würdest und nicht hier noch mit allerhand andere Legenden und Geschichten vermischen würdest, so... Oh ja, 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 genau eben. Es ist ja dieser Mischmasch. Ich meine, erzählt eine Story und nicht diese 50.000 Sachen, die ja gleichzeitig passieren. Und ich weiß auch nicht, warum. War der erste erfolgreich in irgendeiner Form? Warum gibt es diesen Film jetzt überhaupt? Einfach nur, weil, wie gesagt, ich glaube einfach nur, die richtigen Leute haben Ja gesagt und die hatten Kulissen über von woanders. Und ich glaube, sie haben wahrscheinlich noch so viele Kulissen übrig, dass auch Teil 3 schon kommt. Oh Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann, was passiert dann? Fliegen geht zum Mond? Ich meine mal, es stand sogar schon der Titel, wenn ich den jetzt auf die Schnelle finde. Das wäre nice. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wollen wir das jetzt noch toppen? Was kommt jetzt als nächstes? Oder zu welcher Mythologie kommen die dann? Ja genau, es kommt eine neue Mythologie und dann machen sie daraus wieder einen... Vielleicht nach Indien? Journey to India. Ja, nein, nein. Travel to India, ja. Oh mein Gott, ich bin ein Magier. Ja. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich hab's erraten. Ja, weil das ist... Ja, das sind auch eben halt da besondere und außergewöhnliche Sagen, Legenden und Figuren, die man dann entsprechend hier verwursten kann. Ich frag mich nur, welche Leute sie da... Weiß nicht, wird's dann... Machen sie dann einen auf Bollywood? Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Du hast einfach das Gefühl, keiner hat hier genau einen Plan darüber, oder was. Ich schätze, irgendwie hatten die Geld über und der Regisseur wusste gar nicht, was er damit jetzt alles machen soll. Er hat einfach alles das reingeschmissen und das ist völlig außer Kontrolle. Weißt du, woran mich der Film auch erinnert hat? Ich hab jetzt schon so viele Vergleiche gezogen. Aber ein Film, der mir wiederholt in den Sinn kam, beim Schauen, war Hudson Hawk mit Bruce Willis. Okay, den kenne ich. Der ist aktuell, ich hoffe, er ist noch auf Netflix. Leute, wenn ihr nicht Hudson Hawk gesehen habt, bitte guckt ihn. Das Ding ist besonders. Das Ding ist besonders. Und das war nämlich so ein Fall von unnötig kompliziert erzählt. Aber zugegeben, Hudson Hawk kann man besser folgen. Hudson Hawk ist wesentlich kürzer. Und Hudson Hawk ist insgesamt auch absichtlich lustiger. Dann hau ich hier erstmal noch schnell den Funfact raus, dass Arnold Schwarzenegger dafür für eine goldene Himbeere nominiert war, für Iron Mask. Das hab ich gerade noch gefunden. Und ja, Travel to India steht momentan 2022 als Erscheinungsjahr. Strebt er an. Gut, das war's jetzt. Ja, das klingt nachvollziehbar. Also, wir könnten irgendwie noch weitere Plotdetails aufwissen, aber wir haben genau das, in dem Sinne, wie wir hin und her gesprungen sind, wir versuchen uns einfach nur dem Film anzupassen. Wir können nicht mehr darüber sagen, eigentlich. Es ist halt, auch abgesehen noch, Anna Chorina als Miss Dudley war grauenvoll. Sie war so furchtbar. Wirklich, sie, eine der schlimmsten versuchten Fan-Fatal-Piratenbraut. Oh, ich will meinen Ehemann finden, die ich halt wirklich möchte, Gianne Elizabeth. Minus 10. Sie war furchtbar. Dann hast du ein Blink-and-You-Miss-it-Kameo von Rodger Hauer. Das muss kurz vor seinem Tod entstanden sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weiß nicht, hast du noch irgendwas, bevor wir zu einem abschließenden wirklich Wort-Fazit kommen können? Wir können gerne zu einem Fazit kommen. Na gut, dann werde ich noch mal schnell meine Meinung sagen, oder kannst du? Dieses Ding ist eine Vollkatastrophe. Halt wirklich eine von diesen halt und eine, die man nicht mal wirklich empfehlen kann. Ich würde sagen, wenn es euch interessiert, schaut, ob irgendjemand mal dann den Kampf zwischen Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger geuploadet hat und schaut euch einfach das an. Das ist die unterhaltsamste Szene des Films und selbst die ist nicht wirklich gut, denn der ganze Rest ist so hanebüchen und bekloppt und halt trifft genau die Vergleiche, die wir hier schon auch im Verlauf der Review gezogen haben. Es ist, es ist wirklich, es schwankt zwischen absolut grauenvoll und so schlecht, dass es schon fast wieder lustig ist, aber letztendlich überwiegt dann doch nur, nee, es ist wirklich unerträglich und verknotet dir das Gehirn und ich vergebe eins von fünf Drachenwimpern. Okay. Ja, nachvollziehbar. Ich bin da auch gar nicht so weit entfernt. Ich gebe 1,5 von fünf Drachenwimpern einfach noch. Er hat mich auch nicht wirklich unterhalten, aber immer noch besser, als es andere Filme tun und zumindest wirklich die ein oder andere Aufnahme oder das ein oder andere Kostüm fand ich dann doch ganz hübsch. Ja, ja, zugegeben. Daher kommt ja auch nur einer Punkt, also weil es hier und da ein paar Sachen gibt, wo ich dachte, okay, auch ein paar nette musikalische Momente, aber die ersterben dann eben auch schnell. Ja, aber das sind halt auch meine Gründe dafür. Jawohl. Und damit beenden wir unser kleines, feines, seltsames Röntchen über The Iron Mask. Wir hoffen, es hat euch halbwegs gefallen und wir hoffen natürlich auch, ihr werdet demnächst wieder einschalten, wenn es heißt, neue Filme beim Tele-Stammtisch Ich bin der Lasse und bei mir war der Paul und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.